Er hat es wieder getan. Da war ja noch was. R-E-W-R-N-S-I-D. 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 Der ist nach hinten umgekippt. R-E-W-R-N-S-I-D. 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 R-E-W-R-N-S-I-D-S-I-D. Direkt. 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 Sprich mal mit dem Opa lieber Deutsch. Der versteht das nicht. Opa, das war Deutsch. Verstehe ich nicht, was du für ein Deutsch sprichst. Alter. Alter, das, das... Alter. 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 Leute, das Intro ist deutlich professioneller als der ganze Scheiß, den ich jemals in meinem Leben abgeliefert habe. Wir sind sehr professionell. Das merkt man auch an solchen Aktionen hier. Versteht er, glaube ich, nicht? Opa versteht es nicht? Nee? Nee, Opa versteht es nicht. Nee. Genau. Genau. Yeah. Yeah, yeah. Dann steht der amerikanische Präsident im Hintergrund. Opa, falls du es nicht weißt, Donald und ich? Moment. Opa, Donald und ich sind Homeboys seit Tag 1, okay? Das nur mal vorweg. Opa trägt jetzt Kleidung wie der Präsident von Amerika. Ich muss ehrlich sagen, ich muss ehrlich sagen, ich muss ehrlich sagen, Leute, Propas Content gefällt mir richtig gut. Ist ein super geiler Kanal, ehrlich, finde ich sau nice. Ja, danke. Der beste YouTube-Kanal, den ihr jemals in eurem ganzen Leben gesehen habt. Ist so. Komm mal, wir sich ja... Opa, da weißt du ganz genau, worüber ich spreche. Du weißt ganz genau, worüber ich spreche. Opa, Propa, whatever your name is, ich würde gerne deinen richtigen Vornamen erfahren. Hansi, wie der Kanarienvogel. Wir hatten auch einen Kanarienvogel oder einen Wellensittich, wie ein Wellensittich, Hansi. Sonst heiße ich ja Hans, Hans Joachim. Es ist saugeil für mich zu sehen, wenn man das nochmal ganz kurz zurückspult, Leute. Es ist sauschön zu sehen, dieses leichte Grinsen, wenn ich mir das nicht einwillen, auf seinem Gesicht zu sehen. Ich glaube, der Mann freut sich ein wenig darüber, dass wir so viel Spaß mit seinem Video haben. Das freut mich auch, weil Spaß ist geil. Ja, das freut mich sehr, dass Opa, Propa euch so viel Freude machen kann. Das beste Video ist, wo ein Fidget Spinner fest ist. Das beste Video ist, findet er, ist Fidget Spinner. Richtig, Opa. Und ich weiß, dass du noch viel mehr drauf hast. Never stop pursuing your dreams, Opa, okay? Mein Englisch lässt zu wünschen übrig. Hab's auch nie gelernt. Begreifst du das nicht? Ach nee, tut mir leid, ich soll Deutsch mit dir reden, Opa. Ah, du hast Propa verstanden. Achso, das ist gar nicht sein Bild. Hast du heiß gelaufen, oder was? Man muss wissen, wo man steht. Und du weißt es, du schießt mitten im Leben. So wie die Zimmerpflanze hinter dir am Fenster. Ja, die Zimmerpflanze, gleiche Farbe wie dein T-Shirt. Ah, Mann. Leute, schaut es euch an. Das ist eine Bildgewalt. Die findet man nirgendwo anders. Ha, fremd losgesicht in 3, 2, 4, jetzt. Ah, als ob er macht mit. Leute, das ist jetzt die Prankwurst Gesichts-Inception. 1, 2, 3, los. Everybody now. Musik 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 ich freue mich auf jeden fall auf eine antwort zu diesem video vielleicht können wir irgendwann mal eine collaboration machen keine ahnung alter ich würde gerne mit dir eine runde minecraft spielen unter einer bedingung ich bekomme ein youtuber rang auf deinem server du hast ein nicht geantwortet probier du uns mal eine mail zu schreiben oder abonniere uns auf instagram dann können wir dich da anschreiben ja lieber rewi ich freue mich schon auf deine antwort auf dieses video aber leider kann ich in den nächsten drei wochen nicht darauf antworten europa geht in urlaub aber innerhalb dieser zeit kommt noch ein video auf das ihr euch alle freuen dürft ja